Ja, ich kann auch noch zwei Minuten warten. Ja, ich glaube, wir warten noch ein bisschen. Okay. So, jetzt muss ich erst mal ein Foto noch machen von der Landschaft. Ja, und jetzt sind es tatsächlich, glaube ich, auch zwei ganz gute Bilder, oder, die von mir kommen, oder? Ja, weil, was ich hier nämlich mit habe, ist der Roboter, ja, und der folgt mir dann. Also, ich kann mich dann ein bisschen bewegen. Ja, cool. Ich freue mich schon drauf. Ich bin sehr aufgeregt. Und du übernimmst das live wieder. Die Drohne werde ich dann auch natürlich starten. Ich bin aufgeregt. Ich auch. Ich bin sehr aufgeregt. Danke. Siehst du mich? Hörst du mich auch? Hört ihr mich auch? Ja, super. Es ist wunderbar. Wir warten jetzt noch ein bisschen. Wir alle haben noch ein bisschen Pause. Suppenkoma. Ich bin super intensiv heute. Was? Suppenkoma. Na, wir haben schon vorher gegessen. Na, wir haben Sessionkoma. Sessionkoma. Aber geht ordentlich zur Sache, oder? Also, abgesehen, dachte ich... Hä? Okay, super. Ich versuche das. Wäre schön, wenn wir alle Stashes so machen könnten. Also, für den nächsten Jahr müssen wir, glaube ich, alle... Müssen wir alle Witzwerde auch übertragen. Hallo, Angelika, übrigens. Ich schade, ich nur, dass ihr den Tag über Kunde gespielt habt. Hallo. 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 Ah. Hallo. 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 Für den Gruß an der Seite. Ich finde, ja, die Perspektive auf dem Smartphone ist schon mal ein Zeug. Ja. Sehr gut. Angelika, können wir dich auch hören? So, ja. Eins, zwei, drei. Wow. Perfekt. Perfekt. Ich bin sehr nach dem Wind. Ja, Wind gehört auch dazu. Viel besser als Regen. Das ist, das ist richtig, ja. Das ist auf jeden Fall richtig. Die Anke fängt an. Dann habt ihr die. Genau. Dann würde ich sagen, ich stelle jetzt mal die Facebook-Aufzeichnung, oder? Die Facebook-Live-Übertragung. Ja. Und dann fängt die Anke an, oder? Dann fängt die Anke an, wenn sie mag, ja. Ich sage an. Naja, ihr seid ja die Session-Geber dann mit. Sagt ihr Hallo, oder? Oder ich sage Hallo. Hallo an alle, die jetzt... David beginnt mit Facebook und du sagst dann einfach ein bisschen Hallo und das ist jetzt vielleicht so von unserem... Genau. Wir sind schon on air, übrigens. Wunderbar. Dann sage ich Hallo an alle, die zuhören und an alle, die sich interessieren für neue Formen der Vermittlung im Digitalen. Und ich soll ein bisschen was kurz sagen. Ich weiß nicht, ob alle auf dem Stand sind, was wir gemacht haben, was wir unternommen haben, am 1. Juni sind wir digital unterwegs gewesen mit zwei Außenstellen, die sozusagen dann ins Netz hineinkommunizierten. Und zwar war ich in Köln bei der katholischen Hochschulgemeinde unterwegs, die eine wirklich herausragende brutalistische Kirche vorzuweisen haben. Brutalismus ist eines meiner Herzensthemen und ich hatte Anne angestiftet, weil ich wusste, dass in Wien, vor den Toren von Wien, eine Kirche ist, die dieser Kirche in Köln sehr ähnlich ist. Und das fand ich sehr spannend, die Überlegung zu sagen, Mensch, lass uns die beiden doch mal gemeinsam besuchen und miteinander vergleichen. Der Brutalismus ist eine Architekturform, die mit Betonarchitekturen aufwartet, die in den 60er Jahren entstanden ist und die ganz unterschiedliche Ausformungen zeigt. Und mich hat das sehr fasziniert, mal wirklich zu sehen, ich war noch nie in Wien in der sogenannten Votruba-Kirche, mal wirklich auch live zu sehen, wie die ausschaut, wenn man vor Ort ist und das zu vergleichen mit der sogenannten Rikus-Kirche. Beides Kirchen von einem Bildhauer, die ähnlich sind, aber doch wieder ganz unterschiedlich. Und diese Idee fand ich spannend. Zu sagen, lass uns das vergleichen, lass uns zeigen, dass man zur selben Zeit an zwei Orten sein kann, um eben auch einen Mehrwert durch das Digitale für die Besucher, für die Zuschauer zu generieren. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Ja. Darf ich jetzt kurz eintragen? Gerne, ja. Darf ich jetzt? Ja, klar. Genau, weil uns ja auch die Leute auf Facebook zuschauen, wir sind, also die Anke hat jetzt gerade gesprochen, sie sitzt in Köln. Wir sind ja hier beim Startcamp in der Kunsthalde in Wien und im Rahmen von einer Session und von einem Vortrag, der hier heute passiert, würden wir gerne auch dieses Experiment besprechen. Vielleicht finden wir so eine Kunstspaziergung, die wir gemacht haben, von dieser Artikel-Saufschule bis zum Beispiel, dass wir uns auch kennen, wer überall wo ist. Also insgesamt, der Christian und ich, wir sitzen jetzt in der Kunsthalde in Wien und wir haben da auch unser Publikum vor Ort, die jetzt gleichzeitig auf der Leinwand zuschauen. Ja, David, magst du dich dann vielleicht selber vorstellen? Genau, ja, also ich bin David Rödler und ich experimentiere auch sehr gerne mit neuen Vermittlungsformen. Das kann jetzt sein Bildung, aber natürlich auch Kunst und Kultur oder kulturelle Bildung oder Kulturvermittlung. Ja, aber andererseits habe ich auch sehr viel Spaß an Technik und ich hoffe, dass wir auch kurz Gelegenheit haben und ich hoffe auch, dass es funktioniert. Das ist nämlich schon hier das Live-Bild aus der Drohne. Und ich sitze hier in Hellbrunn im Schlosspark in Salzburg und könnte, wenn ihr wollt, dann kurz mal aufsteigen und das Ganze von oben zeigen. Und das könnte ja eigentlich auch ein Einstieg dann sein, wenn es jetzt zum Beispiel geht um Barockgärten oder so, wie wir es ja hier haben. Jetzt wollen wir doch insgesamt, dass das Ganze auch ein bisschen eine Struktur hat. Willst du dir noch etwas, Christian? Ja, die Frage, was kann ich damit jetzt eigentlich tun? Also wir haben jetzt die Technologie und wir sind an verschiedenen Leuten, was tun wir jetzt? Genau, wir wollen sie jetzt erst werfen. Wir machen ja gar nicht nachher. Danke. Anne, du musst ein bisschen näher ans Mikro kommen. Ich habe dich gerade nicht verstanden. Ja, unsere Frage ist, Anke, wir haben das jetzt ausprobiert mit dem virtuellen Kunstspaziergang. Heute probieren wir das alles jetzt nochmal und implementieren zu dem ganzen Experiment noch eine Drohne und einen Roboter. Meine Frage an dich ist jetzt, was kann das jetzt für die Kunstvermittlung bedeuten? Ist das jetzt nur eine Spielerei oder kann das einen Mehrwert für unsere Audienz geben? Naja, also ich denke schon, dass... Ja, jetzt habe ich dich gehört. Ich denke schon, dass der Mehrwert daran liegt, eben durch diesen Live-Charakter. Man muss sich ja fragen, wenn ich jetzt Abbildungen in Büchern habe, könnte ich ja auch bestimmte Dinge sehen, habe Fotos, kann das miteinander vergleichen. Aber ich glaube, dass wir durch unseren Spaziergang vor Ort mit den beiden Kirchen doch gezeigt haben, wie anders das ist, wenn man eben dieses Live-Erlebnis hat. Natürlich gerade, wenn es um Architektur geht, weil da gehört der Raum mit dazu. Was bei uns natürlich noch eine große Rolle gespielt hat, ist, dass wir nicht ganz alleine da waren, sondern dass wir Gesprächspartner vor Ort hatten, die mit uns zusammen das Raumerlebnis aus ihrer Sicht geteilt haben. Bei mir war es der Pfarrer der Hochschulkirche und bei dir war es ja der Diakon. Das ist auch etwas, was man eben nicht haben kann, wenn man, sagen wir mal, über Literatur und Bücher Dinge miteinander vergleicht. Weil das ist etwas, was für die Kunstvermittlung eine ganz wichtige Sache ist. Ich erlebe das oft in Führungen, dass dann ein gewisses Wissen vorausgesetzt wird. Ja, ich persönlich habe eben auch bei Führungen zu der Kirche in Köln immer auf die Votruba-Kirche hingewiesen. Aber die Besucher, der Zuhörer, der konnte das ja gar nicht in dem Maße nachvollziehen. Der konnte mir dann nur glauben, dass es schon gewisse Ähnlichkeiten gibt. Maximal hält man dann vielleicht eine Abbildung der Gruppe vor, was aber auch immer nur so wenig gut ist, weil das kann dann vielleicht nur vorne drei Leute sehen. Man kann es rumgeben, aber ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von so Papiermaterial, weil das einfach nicht dasselbe rüberbringt. Und wenn man die Chance hat, eben wirklich gemeinsam diesen Spaziergang zu machen, dann transportiert man da einfach viel näher. Man kann sagen, so wie ich dir das dann auch gesagt habe, Anni, geh mal ran, zeig mal den Beton. Ich will die Betonstruktur sehen. Diese Dinge, das sind Chancen, die finde ich ungeheuer spannend. Natürlich kann man das immer noch weiter optimieren. Ich erinnere auch an die Aktion, die zu den Sunflowers von Van Gogh gemacht worden ist, wo es ja auch hieß, ja, was bringt uns das? Und man eben wirklich sehen konnte, da waren diese Gemälde, alle... Anke, warte ganz kurz, weil ich weiß nicht, ob alle am gleichen Stand sind. Bevor wir jetzt weiter hin, ich würde jetzt gerne kurz da bei uns fragen, in der Kunstfalle jetzt oft auch jeder verstanden hat, was wir gemacht haben und wie es funktioniert hat. So, und das, was die Anke jetzt erzählt, ist das Experiment Sunflowers Live. Das ergänzt mich dann nachher, wenn ich etwas vergessen habe. Da waren die Sonnenblumen von Van Gogh, ja, die in verschiedenen Museen auf der ganzen Welt hängen. Und zwar in New York, in Japan, stimmt Japan, ja, in den Pinokotheken in München und in den Niederlanden. Und über Facebook Live, aber man hat das über Facebook gemacht und das hat, finde ich, nicht so toll funktioniert, wie mit der Zoom-App, die wir haben, hat man versucht, diese ganzen Standorte in einen digitalen Raum zu geben und in Versuche die Möglichkeit zu geben, also diese verschiedenen Versionen des Gemäldes auf einen Sicht zu sehen, was das ja kaum einem Menschen gelingen kann. Also die allergrößten Freaks fliegen in allen Städten, schauen sich das an und auch nur dann kann es chronologisch hintereinander eigentlich passieren. Und das hätte, aber dieses Sunflowers-Projekt hätte ja eigentlich mit unserer App besser funktionieren können, oder? Ja, und das Interessante wäre eben auch da gewesen, weil da waren die Kuratoren jeweils da. Du lernst eben auch die Personen, die hinter einzelnen Kulturinstitutionen oder einzelnen Projekten stecken, kennen. Also ich finde, das ist eben auch eine Chance, weil wenn wir jetzt nur von reinem Bildmaterial sprechen, ja, dann ist es halt die Frage, also man muss sicherlich auch da noch ein bisschen nachbessern. Ich habe mir jetzt extra auch Equipment besorgt, dass man nicht mehr so wackelig unterwegs ist, weil ich schon glaube, dass das auch ein Bedürfnis der Menschen ist, das so weit wie möglich auch zu professionalisieren. Aber das Wichtige ist eben, dass man miteinander reden kann. Das wäre auch etwas, was ich mir noch stärker ausgearbeitet wünsche, dass man eben wirklich dahin geht, dass die Leute Fragen stellen können oder auch sagen können, wo man hingehen sollte vor Ort, wo man eben, ich möchte mir mal genauer das angucken oder wie sieht das hier diese Ausstellungssituation an. Ja, das sind Dinge, die, finde ich, auch in dem Zusammenhang mit Audience Engagement dann interessant werden können. Für mich war ein Aspekt noch interessant, den du jetzt noch nicht gelernt hast, abgesehen von allem, war das für mich, also bei den Kunststurzirken, eine sehr emotionale Sache. Weil ich war eigentlich allein, also ich war, in der Kirche war ich mit dem Diakon gemeinsam, der mit mir durchgegangen ist, über mein Smartphone war ich mit der Anke und ihre Kirche und dem Fahrer verbunden und den Leuten, die eben auch in Osnabrück, ich habe ja in Salzburg, in der Seiermark und sonst irgendwo gesessen sind. Am Ende ist der Diakon aber dann weggegangen, weil ich war ganz allein in der Kirche, aber ich war gleichzeitig trotzdem nicht allein in der Kirche und das war für mich ein ganz komisches Erlebnis irgendwie, dann vor allem bei der Fitback runter, wo ich dann in den Denken gesessen bin, so vor allem Altar, wo ich dann vor dem Altar gesessen bin, so ganz allein in der Kirche mit meinem Smartphone, aber gleichzeitig haben die Leute erzählt, wie toll sie diese Kirche finden und wie diese Kirche da war. Also ich habe das als ziemlich zu spannenden und auch emotional empfunden und ich glaube schon, dass man Kunst so auf eine ganz andere Art und Weise nochmal vermitteln kann. Und jetzt, bevor wir jetzt zum David zurückgehen, würde ich jetzt noch gerne eins von dir wissen. Wie denkst du, können Museen dieses Format noch nützen? Wie sie es nützen können? Also ich denke, die Chance ist wirklich da, in den Dialog, in den Live-Dialog zu treten. Das ist sicherlich etwas, was auch erst eingeübt werden muss, weil das auch ein bisschen abhängt von den Erfahrungen, die man da macht. Aber im Prinzip gibt es ja in den Museen schon sehr viele Menschen, die eben auch in der Lage sind, bei Führungen und so weiter einen Dialog anzureden, mit den Leuten zu sprechen, Fragen zu stellen. Und das ist etwas, wo man die Chance hat, eben auch noch mehr als diejenigen, die einfach da vor Ort sind, zu erreichen. Und diese Gespräche und diese Interaktionen, die ja über so ein Medium dann auch entstehen könnte. Bei uns haben jetzt auch nicht so viele direkt gefragt und gemacht. Wir haben direkt gefragt nicht, aber wir haben gerade 3.000 Seiten gehabt, die zugeschaut haben. Ja, aber das ist eben etwas, was ich mir wünsche, auch von Seiten der Institutionen vielleicht darüber nachzudenken. Da muss ja auch erst mal Erfahrung gesammelt werden mit so einem Format, dass man das anregt. Dass dann eben auch vielleicht wirklich Kommentare kommen, wo es dann heißt, das würde mich noch mal interessieren und können Sie vielleicht an das Kunstwerk ein bisschen näher rangehen oder diese Fragen. Aber dafür muss man eben auch diese Formate ein bisschen damit warm werden, glaube ich. Dann geht da auch noch viel mehr. Genau, was noch viel mehr geht, sind wir gerade beim David, der jetzt schon umgeschalten hat und schon mehr oder weniger abgehoben hat. David, wo bist du? David, du bist noch am Boden? Ich höre ihn nicht, aber haben wir ihn stummgeschalten? David hat das Mikro aus, oder? Ja, linke mal. Jetzt kann man mich hören. Nein, also ich bin hier im Schlosspark von Hellbrunn in Salzburg und ja, möglicherweise schaffe ich es jetzt auch, dass man mich gleich sieht und ich steuere jetzt die Drohne. Ja, genau, hier sieht man mich sitzen und ich kann mir jetzt natürlich auch selbst winken und es ist einfach noch mal die Idee, eine andere Möglichkeit oder eine ganz andere Perspektive zu schaffen von einem Ort. Ja, ich kann jetzt noch mal ein bisschen höher fliegen, aber ich glaube, irgendwie hat er ein bisschen gerade Probleme mit dem Signal möglicherweise. Es ist bei mir jetzt nicht ganz rund, aber ich glaube, ich lande auch besser, bevor ich noch irgendwelche Touristen da... Während der David jetzt die Touristen... Das sind die Touristen, die freuen sich. Ich meine, wir sehen jetzt alle, was da funktioniert, ja, und technisch ist da eigentlich viel möglich. Ja, also wir sitzen da jetzt in Wien in der Kunsthalle, ja, wie David, die Angesicht jetzt in Köln bei ihr im Büro zu Hause hat. Ja, und jetzt können wir aber sehen, wie eine Drohne in der Zeit zu kommen. Was können wir da jetzt in den Bürokraten sehen? Ich glaube, dass du dem Vermitteln von Informationen und von Sieben eine andere Dimension verleihst, in dem du jetzt nicht irgendwo in einem Museumsraum stehst und von der Welt dann draußen erzählst, sondern du kannst in der Welt dann draußen sein. Und was, glaube ich, notwendig ist, dass man da eine schöne Dramaturgie aufbaut, dass man Gesprächsbaser sucht, also was nicht funktioniert, dass sich dann einer irgendwo vor die Kamera stellt und dann erzählt er eine halbe Stunde, dass es höchstlich veranweilig ist, das freut man nicht. Aber ich kann zum Beispiel in den beiden Kirchen, die Gespräche mit dem Pfarrer und dem Diakon, weil die einfach, die hatten was zu erzählen und das war so eine Gesprächssituation, die man so eigentlich nicht erlebt hätte, die beiden, die so vom Publikum gestellt, dann hätten die vermutlich ganz anders agiert, so war das einfach so eine Zweierkonstellation, eigentlich wirklich so ein Dialog. Und die haben aber gewusst, was andere dabei sind. Und das finde ich eigentlich sehr spannend. Und dann so direkte Vergleiche, ich meine, ich muss jetzt nicht jedes Objekt mit einem anderen, das in den paar hundert Kilometer entfernt eben so steht, vergleichen, aber so Verbindungen auch zeigen oder wie hier jetzt, dass man auf der einen Seite Details zeigen kann und auf der anderen Seite dann aber auch den großen Überblick, indem man die Drohne da oben zieht, das kann total reizvoll sein. Seidst du, dass man da eine ganz andere Beziehung verschafft wird, dann zwischen Museum und Zuschauen? Das weiß ich nicht. Das ist schwer zu sagen, weil es einfach auch unterschiedlich ist. Hier hängt. David? Ja, jetzt bin ich wieder da, oder? Ja, aber Anno und Christian sind weg. Oh je, das ist schade. Nein, dann überbrücken wir die Zeit, indem ich zeige, wie man ganz mobil arbeiten kann. Ja, also jetzt habe ich noch die Frontkamera eingestellt, aber ich kann auch die rückwärtige Kamera einstellen. Und jetzt sieht man hier nochmal mein Setting. Also ich habe mich einfach auf einem schönen Tisch aufgebaut. Hier steht auch noch der Roboter. Und ich kann natürlich jetzt hier mich ziemlich frei bewegen und die Gegend zeigen. Ja, oder eine Ausstellung oder was auch immer. Oder, Anke, wie funktioniert das? Super. Ja, also das hatte ich eben auch als Rückmeldung, dass es dann doch beim Zuschauen manchen ein bisschen zu wackelig war. Deswegen habe ich eben diese Investition getätigt und mir so ein Gimbal angeschafft. Und dadurch gibt es einfach ein bisschen mehr Ruhe, wenn man umherwandert. Das finde ich sehr, also durch ein einfaches Mittel, das ist ja jetzt auch nicht die Welt, was man da anschaffen muss, kann man wirklich viel erreichen. Und man kann ranzoomen, ohne dass man da auf dem Handy rumfingert. Weil an sich finde ich es schon sehr charmant, dass man eben mit dem Handy das machen kann und nicht mit großem, schwerem Gerät jetzt auch gerade in Ausstellungen unterwegs ist. Das finde ich ist schon eine Sache, die sehr gut funktioniert und niederschwellig ist. Ja, und ich kann tatsächlich sogar jetzt hier joggen und es ist immer noch ein relativ ruhiges Bild. Das Einzige ist, dass ich schnell außer Atem komme. Was ich aber nochmal zu bedenken geben wollte, auch zu der Frage, wie kann man solche Formate nutzen auch. Ich finde, es ist eben gerade etwas, was man auch nicht nur einmal so als einen Leuchtturm nutzen sollte, sondern wo man eben auch gewisse Routinen vielleicht entwickeln kann, wo man eben auch eine Gemeinschaft kreieren kann, von Leuten, die wachsen kann, von Leuten, die wissen, es gibt einen Treffpunkt im Digitalen von einem Museum oder einem Theater oder wem auch immer initiiert. Das wird so sein. Beim ersten Mal ist es bei uns jetzt auch, waren natürlich durch die Furche, wurde das sehr verteilt. Und es gab sehr, sehr viele, die zugeschaut haben. Das ist vielleicht nicht bei jedem Museum, was so etwas anfangen möchte, sofort der Fall. Aber man kann sicherlich sich da eine Community aufbauen. Jetzt spricht Christian, oder? Hört ihr mich, Christian, Anne? Ich glaube, Sie hören nichts, weil Sie jetzt, glaube ich, ein separates Gespräch führen. Anne? Ja, ich muss ganz kurz, wir steigen wieder ein. Wir hatten eine Frage des Zwischen. Sehr gut. Okay, wunderbar. Genau. Wir hatten kurz eine Frage zum Ablauf. Also, wie es direkt funktioniert ist zu tun und jetzt würden wir wieder einsteigen. Hört ihr uns? Ja. Gehen wir ein bisschen näher ran, das ist bei mir recht leise. Super. Der David übernimmt jetzt oder wo seid ihr jetzt? Naja, wir machen so einen Rundenblick. Was war das denn für eine Frage bei euch? Die Frage war, wie Zuschauer und Zuschauerinnen interagieren können. Also, wir haben ja über Facebook-Streams und über die Zoom-App und die Frage war, wie kann das, also wenn es so eine Session startet, wer moderiert das oder wer hat da die Möglichkeit, hin und her zu schalten und wie kann man als Zuschauer interagieren? Kann ich vielleicht gerne kurz erklären. Interaktion ist auf verschiedenen Wegen möglich. Also, einerseits kann man im Facebook-Stream, den kann man kommentieren. Aber bessere Interaktionsmöglichkeiten hat man natürlich, wenn man auch einsteigt über Zoom in diese Videokonferenz. Und dann kann man mit Chatten, also kann man im Chat Text Fragen stellen oder man kann sich auch per Bild und Ton einschalten. Und wir haben ja auch eine Teilnehmerin, die sich zugeschaltet hat, die Angelika. Vielleicht hat sie Lust, kurz zu winken oder zu zeigen, wie Interaktion möglich ist. Genau. Da ist sie. Ja, ich will auch gerne was dazu sagen. Sehr gerne. Und zwar, was ich derzeit gerade überlege oder ich hatte unlängst ein Gespräch mit der Kulturvermittlung im Leopold Museum und da haben wir die Idee aufgebracht, eben eine solche Museumsführung in meine nächste Webkonferenz zu integrieren. So, dass die Teilnehmer dieser Konferenz sind Deutsch als Fremdsprachlehrende, die natürlich auch sehr großes Interesse haben, Dinge, Land und Leute, Kultur in den deutschsprachigen Ländern zu erleben. Und das in so eine Konferenz einzubauen, erscheint mir eine sehr schöne Anwendung von dem, was ihr vorhin erzählt habt. Ja, sehr schön. Also ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Format zu nutzen. Wie wir es gemacht haben, ist es ja in erster Linie auch so eine Art Event gewesen. Wir waren eben zu einem bestimmten Zeitpunkt und haben da Gesprächspartner gehabt, wie wenn man jetzt meinetwegen eine Podiumsdiskussion oder eben eine Führung organisiert. Aber ich finde es gerade auch spannend zu überlegen, das eben als virtuellen Classroom zu nutzen und sich zu überlegen, hat man da vielleicht ein Thema, um das man herum Interessenten schaut und immer mal wieder auch mit abwechselnden Dingen dann Input gibt und dann darüber sprechen kann. Also sowas wäre aus meiner Sicht wirklich auch noch das Entwicklungspotenzial von diesem Raum. Es ist ja tatsächlich dieser Zoom-Raum ist ja für mich so eine Art virtuellen Seminarraum. Und das müsste man wirklich auch noch mehr austesten und nutzen, was bedeutet, dass man sich eben nicht nur einmal trifft, sondern dass man um ein Thema herum dort vielleicht mehrere Veranstaltungen anbietet. Ja, ich glaube auch, dass die Raummetapher gut passt. Nur muss einem, glaube ich, bewusst sein, dass es ganz viele Türen gibt und Fenster, wo man reingehen kann und wo man reinsehen kann und so weiter. Das ist mir letztes Mal passiert, wie ihr mir den Link zum ersten Mal geschickt habt. Ich bin in der Redaktion gesetzt, habe etwas ganz anderes gemacht, habe unabhängig auf den Link geklickt und bin in einem Meeting zwischen dir und dir. Ja, aber ich glaube, dass die Raummetapher möglicherweise auch eine schöne ist für die Social-Media-Arbeit insgesamt. Also wir denken, glaube ich, das Digitale ist nicht zu selten als richtigen Raum, wo man Menschen sieht und wo man guten Morgen sagt und einen guten Abend sagt und wo man die Menschen anspricht. Sondern ich stelle mir das oft so vor, man geht da durch und kriegt einfach nur Flyer zu sein mit dem Programm und wird als Audience oft gar nicht angesprochen. Und ich glaube, dass Zoom oder dieses Format einen noch einmal zurückholt und auch wirklich den Diologischen Versuchung aufzieht. Wenn ich mir jetzt nicht an die Idee komme, dass ich da den Flyer in die Kamera halte. Eine interessante... War es ganz kurz, David, wir haben eine Frage. Ja, gerne, ja. David, hast du die Frage verstanden? Ja. David, hast du es verstanden alles? Ja, ja, also die Zoom-App ist tatsächlich sehr schnell runtergeladen und funktioniert gut über Smartphone oder über Desktop-Computer. Also es ist ein sehr einfacher Zugang und der noch einfachere Zugang, aber der ist natürlich nicht ganz so aktiv, interaktiv, ist der halt über den Livestream auf Facebook oder auf anderen Plattformen. Könnte man es natürlich auch streamen. Ja, aber ich weiß nicht, war da eine Frage auch nochmal mit verbunden jetzt, oder? Das war die Frage. Das war die Frage. Die Frage nach dem Aufwand. Ja, Aufwand ist gering. Aufwand ist gering. Ich meine jetzt hier, wo jetzt so viel Zeug steht, ist der Aufwand natürlich ein bisschen höher. Und das Gimbal, das Anke und ich jetzt haben, also ich habe jetzt diese Steadicam, das ist nicht wackelt, ja, weil ich habe jetzt das Smartphone in der Hand und kann mich hier ziemlich wild bewegen, ohne, es bleibt ein ruhiges Bild, ja. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen Aufwand und auch ein gutes Bluetooth-Headset, damit man mich gut versteht. Genau, aber insgesamt kann man sagen, wir hatten für die ganze Aktion, diesen ganzen Kunstsportiergang, hatten wir Konzeptionsaufwand. Ich weiß nicht, Anke hat, die Anke hat mit mir das Konzept gemacht oder eigentlich hast du es so gemacht. Ich weiß nicht, wie lange hast du gebraucht? Wir haben eigentlich nur zusammengeschrieben, wer war ein Spritz ungefähr und was der Inhalt sein wird. Dann hatten wir alle ein Smartphone. Genau, und dann hatten wir jeder unser Smartphone und wir haben uns jetzt Zeit aufgemacht, wo wir uns treffen. Also, die Anke hat noch den Zeitaufwand gehabt, um den Fahrer zu kontaktieren, ich hatte den Zeitaufwand, um den Diakon zu kontaktieren und dass wir uns abgesprochen haben, an welchem Termin. Am Ende war es das mit dem Aufwand. Ja, und der finanzielle Aufwand war... Genau, also der finanzielle Aufwand war gering, wir hatten alle ein Handy und wir haben den Fahrschein gebraucht, um an den Ort zu kommen, von dem wir streamen wollten. Beworben haben wir es noch. Beworben haben wir es noch, ja. Aber auch ohne Geld. Ja. Ja. Ja, die Frage ist ja auch, ob dann ein Format ist, für das ich Werbung im eigenen Film mache. Also, das kann ja auch eine Gruppe sein, mit der man was ausmacht. Dann habe ich das Thema Bewerbung gar nicht. Also, es muss ja nicht immer das Ziel sein, möglichst viele Leute über Facebook oder sonst irgendeinen Kanal zu erreichen, sondern ich habe Leute, die sich im Thema interessieren, in welchem Zusammenhang auch immer. Man macht sich mit denen einen Termin aus, sondern es ist in der Stadt und dann gibt es die Reichen, in dem ging gar keine Rolle. Ich habe jetzt noch einen interessanten Gedanken, den ich gerne anbringen, ich bin ja jetzt irgendwie im öffentlichen Raum, ja, im Park. Und da kommen jetzt Leute vorbei, die ja möglicherweise, also jetzt habe ich ja den relativ kleinen Computer, aber ich könnte ja hier auch, wenn ich Stromanschluss hätte, einen großen Fernseher aufstellen mit der Webcam. Und auch noch irgendwie Leute interessieren, die vorbeikommen für das, was passiert und die auch gleichzeitig noch mit einbinden. Das heißt, ich kann damit auch Leute erreichen, in diesen Raum bringen, die schon im öffentlichen Raum sind und müsste also gar nicht einen digitalen Weg gehen, um Beteiligung zu ermöglichen. Ich habe einen Blogbeitrag darüber geschrieben, habe mich angekündigt und unten dran hängt die Aufzeichnung als Video. Und zwar, ganz interessant, jetzt hängen zwei Videos unten drunter. Einmal hast du die Kachelansicht, das sind alle, die mit Webcam live waren, im Kachelformat zu sehen. Und das andere Video zeigt immer die Sprecher, Sprecherinnen, also immer diejenigen, die sprechen, siehst du dann so in vorne. So wie du jetzt hier den David siehst, das wechselt dann. Also du kannst jetzt eigentlich auch wählen, wobei jetzt, also für eine Aufzeichnung, glaube ich, ist diese Sprechervariante sinnvoller ist. Ja, so für die Kommunikation, wenn man sich unterhält, ist es glaube ich ganz nett, wenn wir alle über die Kachel sehen. Ich weiß nicht, David, haben wir das? Ja, also es gibt auch Möglichkeiten, da kann man auch viele Livestreaming-Dienste gleichzeitig das übertragen. Also ich kann es auch, aber da müsste ich einen zweiten Computer mitnehmen, der relativ leistungsstark ist. Aber was wir gestern gemacht haben, wir haben geteilt. Ja, man kann den Livestream zum Beispiel von Facebook, der hat auch einen Embed-Code und damit kann ich den auch sofort in irgendeine andere Seite, in einer Web-Blog zum Beispiel einbetten. Ja, ich meine, das war unsere große Sorge auch, weil die Wortruberkirche ja voll betont ist. Ja, ob ich da überhaupt Empfang habe und wir haben dann uns eben geschossen, auch im Notfall draußen. Also nur mit meinem Handyempfang hat es super funktioniert, das war eigentlich überhaupt ein Problem. Ich bin einmal in der Kirche zu weit nach hinten gegangen, da war ich auch einmal weg, glaube ich, für ein paar Minuten. Dann schaltet man um, ja, dann ist es halt so. Aber das kann man ja vorher testen. Ansonsten, David, gibt es Ihnen eine Voraussetzung für Netzverbindung oder was du Tipps hast? Naja, also irgendwie 3G-UMTS sollte schon da sein oder besser auch mehr oder man schaut, dass man irgendwie WLAN dort hat und vorher probieren. Und ich glaube, das Wichtige ist, also ich hatte ja jetzt gerade, ich kann es ja nochmal in die Kamera halten. Das war jetzt hier das Handy, das ich verwendet habe und das wird eingespannt eben in diese Gimbal-Halterung. Und ich kann es nochmal einschalten auch und das bewirkt, ja, man sieht es, ich kann das bewegen und das bleibt sehr, sehr stabil. Ja, das ist die Idee für ein Rückspiel. Also ich bin in der Kirche wirklich nur so gegangen, weil ich mich täglich vergessen habe, ja. Aber so ist es natürlich nicht besser. Ja, die Qualität wird deutlich besser. Danke. Hast du noch was zu erzählen? Ja, also ich würde mir wünschen, das würde jetzt mehrfach auch ausprobiert werden, weil ich denke, da ist noch viel, was man machen kann. Wir haben es ja eben auch gesehen, das ist natürlich so eine Fertigkeit, die der David total drauf hat, da eben mal den Bildschirm umzuswitchen und dann nochmal ein Bild reinzulegen und das Ganze anzureichern, auch noch mit weiterem Informationsmaterial. Er hatte das ja auch mit Anita, diesen Stadtrundgang in Salzburg gemacht. Also das ist natürlich, ich denke, je mehr man sich da auskennt, ich meine nicht, dass man jetzt da so zum Profitechniker werden muss, aber je mehr man dieses Format vielleicht sich zu eigen macht, kann man da bestimmt auch noch viel mehr einbauen und viel mehr Perspektiven noch damit beisteuern. Was mich wirklich interessieren würde und da rufe ich euch alle dazu auf, das eben auch auszuprobieren ist, wirklich dieses in die Interaktion kommen, die Frage, wie kriegt man eben die Zuschauer auch dazu, vielleicht auch eigene Erfahrungen damit zu steuern. Und das sind Dinge, die ich wirklich, also wo ich gerne auch noch in Zukunft noch häufiger ausprobieren möchte, vielleicht eben auch mit mehr Vorlauf der Ankündigung oder mit wirklich eben auch einer gezielten Gruppe. Das finde ich eigentlich auch eine spannende Idee, dass man so als Interessentengemeinschaft da Dinge ausprobiert. Also das ist längst noch nicht alles erschöpfend getestet, was man damit machen kann, denke ich. Ja, das sehe ich auch so. Da eine, die haben wir gefragt, noch? Sie wollten nochmal den Roboter ziehen. Ja, ich weiß nicht. Achso, was mich noch interessieren würde, vielleicht in die Runde gefragt, was würdet ihr denn denken, was eine gute Zeitspanne wäre, wo ihr auch sagt, das ist so unsere Aufmerksamkeit. Also wir hatten eigentlich ursprünglich gedacht, wir machen es viel kürzer, weil wir dachten, naja, also so lange kann man dann auch nicht dabei bleiben. Wir sind dann aber, eigentlich haben wir gedacht, nee, wir können jetzt nicht nach 20 Minuten oder so aufhören. Es gibt noch so viel, was man nicht gesehen und erklärt hat. Was glaubt ihr, wie lange sollte man sowas machen, wovon hängt das ab? Was glaubt ihr? Wie eine Fernsehserie. Mit Cliffhanger, mit Cliffhanger, ja. Ja, absolut. Ich glaube, es klingt doch auch immer so viel ab, oder? Ja. Und von der Art her. Ich glaube einfach, wir hatten ja diese Dialogische, ja, also das britische, zwischen Zirkon und mir und zwischen Sarah und Köln, in und her, ja, da war sehr viel Gespräch und sehr viel Interaktion. Und da, also, hätte ich alleine oder hättest du alleine eine Dreiviertelstunde gesprochen, hätten wir wahrscheinlich abgeklickt. Aber ich glaube, dadurch, dass es oft hin und her ging und da gab es dann neue Fragen und neue Impulse, kann man schon dranbleiben. Ja, und das Glück, das wir hatten bei diesem Kunstspazierkunde, war wirklich, also, der Pfarrer, den die Anke da aufgetrieben hat von der Kirche in Köln, der war so enthusiastisch und der war so begeistert von dem, was er tut und von dem, also, das war einfach spürbar, ja. Und der Tierkunde, den ich hatte, das wusste ich vorher auch nicht, der kannte man darüber persönlich und der war einfach in der Kirche wirklich von Anfang an dabei, also, der hat gewohnt in der Nähe und der war auch so begeistert von dem Format, also, der ist überhaupt kein Social-Media-Nutzer gewesen und hat mit dem digitalen, so gut wie nicht zum Hut, war aber sehr offen. Und der hätte eigentlich einen Termin gehabt um drei und der hat dann ein bisschen Jugendlichen warten lassen, weil er mit dem Livestream noch weiterbleiben wollte, ja. Ja, ich glaube, beide haben auch verstanden, also, bei meinem Pfarrer war es so, die Kirche in Köln ist halt mittlerweile so der Hotspot der Hipster-Instagrammer, ja, weil das einfach ein wahnsinnig gutes Fotomotiv ist und das hat den Pfarrer irgendwo auch so ein Stück weit gewohnt. Deswegen versucht er jetzt, also interessanterweise agieren die jetzt eben auch mehr im Netz, haben auch einen Instagram-Kanal und so und er war sehr bemüht, eben auch seine theologische Sicht auf die Kirche kundzutun. Und das ist ja was, wo man auch sagen kann, da kann man bestimmt auch den einen oder anderen Kurator, die eine oder andere Kuratorin mitkriegen, dass sie diese Dinge dann eben auch aus ihrer Warte da nochmal, also, dass sie da die inhaltliche Gestaltung auch in der Hand haben können. Ich mache noch schnell einen Insta-Story, aber ihr könnt euch alle weiterreden. Sehr schön, ja. David, erzählst du uns noch was? Naja, mein Akku geht langsam zur Neige, weil ich ja hier völlig ohne Strom bin, ohne Stromnetz. Es läuft ja alles nur mit Akku und ist jetzt hier wirklich mitten auf der Wiese, wie ihr gesehen habt. Ja, wer wird das denn mal ausprobieren? Also wir, Anne, wir machen auch nochmal was, ne? Ja, also ich möchte auf jeden Fall gerne noch was machen, ja, und also auch für die Kurche, also wir haben jetzt nur gesprochen, und das ist auch das Thema des Startcamps, wie wir es im Kulturbereich nutzen können. Ich glaube schon, dass es im Journalismus und im Kulturjournalismus nochmal eine ganz andere Möglichkeit gibt, ja. Und gerade im journalistischen Bereich des Pensiones momentan einfach Print, ja, und Pensions transformieren sich so, indem sie Printprodukte jetzt einfach ins Netz geben, wir können es am Smartphone lesen, aber, oder wir machen maximal ein Video dazu, ja, imitieren wir Fernsehen, aber dass wir eine neue Art haben, um mit Leserinnen und Lesern in Kontakt zu kommen, war noch nicht. Und das war auch ein Hintergedanke hinter diesem, hinter dem Experiment, dass wir eine Brutalismus-Ausstellung da in Wien haben, um die Ecke, ja, was könnte das ACW aber jetzt noch machen, oder was kann ich als österreichweite Zeitung machen, wenn ich eine A4-Seite habe, so eine Ausstellung, die in Wien stattfindet, was interessiert es den Lesern in Vorarlberg? Oder was interessiert es den Leserinnen irgendwo in Tirol oder in Glanford? Und dann glaube ich schon, dass man mit diesen Formaten da einfach noch eine schöne Verschränkung machen kann. Ja, und ich bin auf jeden Fall dabei, ich möchte unbedingt wieder machen, und wenn da jemand, der für das Startcamp eine Ausstellung hat, oder irgendwas hat, wo wir sagen, da gibt es eine Connection zwischen Wien und Köln oder Salzburg, dann machen wir das, oder? Auf jeden Fall. Also im Sinne, wenn wir an Davids Akku denken, machen wir lieber einen eleganten Abgang, oder? Also der David hat sein Mikro auch noch ausgeschalten, wir können uns nicht mal verarschen. Ja, aber vielen Dank, dass ich aus Köln dabei sein durfte. Ich wäre so gerne gekommen, weil ich finde auch eure Themen, ich lese schön fleißig auf Twitter mit, ist ja eigentlich genau mein Ding, und es gäbe so viele Leute, die ich gerne treffen würde. Also nächstes Mal, ja. Wir haben schon einen Ort, jetzt schon ausgesucht. Genau. Super. Okay, David, danke. Dann ganz liebe Grüße an alle, und macht's noch schön, twittert fleißig. Danke, Baba. Bye, bye. Ciao. Ciao. Genau, dann. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020